Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns auf dem meinsucht.net server und die letzte Woche die uns noch verbleiben tut oder die letzten zwei im Moment welcher ist heute heute ist der 25 ja eine woche für eine woche hat jeder spieler jeder spieler nicht nur die leute den rang hatten an jeder spieler sogar die gold plus leute haben alle den legend rang bekommen und da schreibt man auch im chat dieses farbige dicke blau ich bin auf den server gekommen und ich denke mir so hä warum habe ich denn auf einmal den legend rang aber legend hat man da trotzdem leider nicht das ist jetzt einfach nur so jeder hat ihn einfach aber man kann auch in die normalen lobbies gehen zum beispiel auf lobby 1 habe ich nachgeschaut ob wirklich jeder hat aber selbst dieser typ den hier keine kennt selbst der hat legend und damit könnt ihr könnte ja kann jeder sneak item die silent lobby die das fly item benutzen also ihr habt somit zugriff auf alles was der legend rang kann und die privaten server sind die die privaten gibt es doch private server ich weiß es gar nicht mehr ich glaube schon gar nicht mehr aber das hätte man jetzt legend auch machen können aber zum beispiel die runden starten und eben alles was man so als spieler nicht kann kann man jetzt als legend und man hat auch schön den prefix und die schönen schuhe einfach geschenkt so für eine woche aber ich finde es auf jeden fall eine nette überraschung wenn man nochmal auf dem server ist wenn ihr nur nicht seit gestern auf dem server erwartet seit montag ist das jetzt so und wenn ihr noch nicht drauf hat kommt gerne mal noch mal auf dem server drauf und holt euch euren kostenlosen legend rang ab ich finde das ist auf jeden fall eine lustige und auch überraschende angelegenheit gestern haben sich auch mal hier wieder ein paar skywars runden gebe wie moment mal warum sind denn hier hundert hundert slots ich wollte gerade sagen was sind da los die schilder feiern sich auch übelst ab moment mal ist das nur bei okay das war anscheinend nur bei skywars so trotzdem lustig wenn ihr euren kostenlosen legend rang abholen wollt einfach mal auf main.net join auch jonathan ist sogar auch da ist denn nicht im team weiß gar nicht ob jetzt jeder vom server team auch den legend rang hat aber auf jeden fall das ist jeder spieler und auch die youtuber alle wenn euch das kleine kurze info video gefallen hat lasst gerne eine positive bewertung da ich würde sagen wir sehen uns nächste woche bei einem neuen video haut rein und schau leiter